Bärtige Torbahnträger am Atomkraftwerk verheißen im Normalfall nichts Gutes. Ganz anders ist das freilich beim Reaktorquadtreffen der On-Off-Wheelers. Die hatten vom 30. Juni bis 2. Juli 2017 nach Zwentendorf gerufen, wo im heurigen Jahr das achte Quadtreffen anstand, zum zweiten Mal von den On-Off-Wheelers organisiert. Und noch einmal 10. Sehr gut. Schön langsam visieren. Und... Oh, verdammt! Okay, stopp! Bei der Wertung ist es so, jedes Rücken, was eingefahren wird, ist minus 1 Punkt. Wir haben kein Zeitproblem, also es geht nicht um Zeit, es geht um Geschick. Nachdem brütende Hitze im vergangenen Jahr den Spaß an Spielen und Ausfahrten schon fast beeinträchtigt hatte, spielte Petrus im heurigen Jahr mit und spendierte den Quad-Piloten Sonnenschein und angenehme Temperaturen. Fahr, 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 fahr! Fahr, fahr, fahr! Gerade renken! Ja! Und jetzt fahr einfach... Ja! Einfach fahren, 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 fahren! Ja! Geht schon! Sehr gut! Da habe ich noch einmal fahren! Ihre Freundschaft! Ui! Ja! Ich habe gehört, die Burgenländler kennen das auch recht gut! Und in Österreich gibt es da auch ein paar, die fahren da auch immer ganz recht wild um und um! Wo sind die? Auf dem Plan stand am Samstagvormittag ein Parcours mit Stationen, an denen die Quad-Fahrer ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen mussten. Ja! 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 Ah! Verdammt! Ja! Ich soll es wieder ausziehen! Ja! 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 Kraftwerkstechnikern genutzt. Heute ist hier Photovoltaik installiert, womit das einzige Atomkraftwerk Österreichs in gewisser Weise die teuerste Solarstromanlage der Welt darstellen dürfte. Nach der Autobahn oder neben der Autobahn, haben Sie irgendwelche Folgeschäden? Nein, nein, nein. Wir sind hier in der Autobahn. 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 Wir sind hier in der Autobahn, in der Trying Division wird in der Autobahn gehen und Wir sind hier auch gerade. Wir sind hier in der ah accepted electric automöch psyche. Mit insgesamt rund 120 Teilnehmern war das Reaktorquad-Treffen 2017 erfreulich gut besucht. Nicht zuletzt auch zur Freude der Händler, die sich hier präsentierten. Das Team von Motorfun B30 zeigte TGB, Allradhorn, die Marke Kennem und Watzinger Polaris. Als Markenbotschafter für CFMoto hatte Hermann Katsch eine brandneue Seaforce 450 mit dabei. Und das andere links genau dieses Jahr. Wie das gerade ist die Flüge, zu können. Und jetzt streik, rechts, 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 rechts. Stutt, rechts. Und jetzt streik, rechts, nach rechts. Und mit drüben. Hier, 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 hier. Hier, hier, hier. Da müssen wir den Anschlag recht sein. Ah, ein Anschlag recht. Ja, das ist ja nicht so. Geht er aus. Nach dem Tal. Bis die Tür war, und jetzt schloss den Anschlag recht sein. Links, links. Da muss er durch dich. Da muss er durch dich. Stopp, 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 stopp. Ich hab das gesagt. Ich hab das gesagt. Ich hab das gesagt. Ja, links. Ja, links. Ich glaube, es ist die Haie rein. Haie, ja. Ein Kloß, und ich kann auch gucken, die was schon immer eingetroffen sind. Grüß euch. Nicht zu fest, nicht zu fest. Mit Gefühl. Ja, super. Ja, super. So, jetzt gehen wir zum Tauber gehen. Ja, jetzt ist er. Herr Tauber, wie? Eine Tausende. Plane. Wir tun uns. Aus Führung. Zuerst bin ich einfach höher bewertet. Ja. Er ist super. 2. 3. 4. 4. 5. 5. 5. 6. 10. 11. 11. 12. 14. 15. 16. So! So! Super! So! 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 Am Nachmittag war eine Ausfahrt angesagt, an der nicht weniger als 68 Fahrzeuge teilgenommen haben. Über Landsträßchen ging es zu einer Kartstrecke, auf der sich die Straßenquad-Piloten einmal so richtig austoben konnten. Am Abend stand die Preisverleihung an, den Ausklang bildeten Benzingespräche. Insgesamt ein gelungener Event. Sowohl die On-Off-Wheelers als auch die Teilnehmer freuen sich bereits auf das neunte Reaktor-Quad-Treffen im kommenden Jahr 2018. Hallo, wir sind hier beim Reaktor-Quad-Treffen in Zwentendorf. Heuer das zweite Mal der On-Off-Wheelers veranstaltet. Wir sind ca. 60 Grad, wie man sieht. Das Wetter ist toll, Essen ist gut und wir freuen uns schon auf nächstes Jahr. Hoffentlich kommen Sie uns besuchen. Vielen Dank. Vielen Dank.